Hallo? Hallo Spookumi! Wie, jetzt ist Pause? Ich glaub nicht! Ich glaub jetzt ist eigentlich dann Tomoko-Time! Ich hab doch nicht umsonst dieses schöne Hexen-Outfit angezogen! Happy Halloween, Gushishin-sama und Jo-sama! Schön euch alle hier zu sehen! Ich hab verratet bisher eine wunderschöne Zeit gehabt und da ich dieses magische Gruselgeschichten-Zauberbuch gerade vor mir habe, dachte ich mir, hm, ich lese doch gerne eine Gruselgeschichte daraus vor! Dieses Buch ist besonders! Anscheinend stehen dort nur Geschichten drin von Personen, die nicht mehr unter uns weilen und die in diesem Buch damals um Hilfe gebeten haben. Die Geschichte, die ich euch jetzt vorlese, heißt das Seelenspiel. Und dieser Beitrag wurde, glaub ich, geschrieben von einer alleinerziehenden Mutter. Mhm. Also, bevor ich loslege, macht es euch gemütlich, schnappt euch eine kuschelige Decke, was zu trinken, ein paar Plätzchen und dann kann's losgehen! Also, bereit? Let's go! Also, die Geschichte beginnt, dass die Mutter sich entschuldigt. Sie schreibt, Es tut mir so leid. In Zeiten der Not wende ich mich an euch. Bitte, helft mir! Hört mir bis zum Ende zu! Das ist alles, worum ich euch bitten möchte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder, an wem ich mich wenden soll. Bitte helft mir einfach! Das ist alles, wonach ich frage. Die Mutter hat einen Sohn, der Jessie heißt. Er ist elf Jahre alt und geht in die fünfte Klasse. Jessie ist genauso in die fünfte Klasse eingestuhlt worden, wie alle anderen Kinder. Er war ein bisschen nervös und aufgeregt, aber ansonsten war einfach er ein sorgloses Kind voller Leben und Energie. Das alles hat sich geändert, seit er am Dienstag auf Stan getroffen ist. Stan ist später in Jesses Klasse gekommen. Er und seine Eltern sind aus einem anderen Stadtteil hergezogen. Jesses Lehrer hat Stan neben ihn gesetzt. Als ich Jessie am Dienstag von der Schule abgeholt habe, sagte er mir, dass Stan sein neuer bester Freund sei. Er hat sich aber nicht benommen, als wäre er selbst. Er war ganz blass und schwitzte. Ich habe seine Temperatur gefühlt, aber es schien, als hätte er kein Fieber. Ich fragte ihn, wie sein Tag war. Doch alles, was er mir sagte, war, dass Stan sein allerbester Freund sei. Stan ist mein neuer allerbester Freund, hatte er gesagt. Ich weiß, ich kann kaum erwarten ihn zu treffen, hatte ich geantwortet. Mama, Stan ist toll. Du solltest ihn treffen. Er ist mein neuer bester Freund. Er ist der Beste. An diesem Abend sind wir diese Unterhaltung bestimmt tausendmal durchgegangen. Als ich Jessie ins Bett brachte, sah er mit Tränen in den Augen zu mir auf. Er nahm die Hand vors Gesicht und deutete mit dem Zeigefinger an, ich sollte näher kommen. Ich beugte mich über ihn und er nahm beide Hände von der Seite an seinen Mund. Du weißt schon, die Kinder es halt zu machen, wenn sie ein Geheimnis erzählen wollen. Ich drehte also meinen Kopf zu ihm und er flüsterte mir etwas ins Ohr, das mich frösten ließ. Zu dieser Zeit wusste ich noch nicht so recht wieso, aber ich fröstete. Mama, du glaubst mir, oder? Hatte er geflüstert. Ich setzte mich wieder auf und sah ihn an. Was soll ich dir glauben, Schatz? Stan. Stan ist mein bester Freund. Ich nickte und fühlte nochmal seine Temperatur. Er schien immer noch kein Fieber zu haben. Ich ging ins Bett, konnte aber in dieser Nacht nicht wirklich schlafen. Am Mittwoch, als ich Jesse von der Schule absetzen wollte, bekam er diesen total seltsamen Gesichtsausdruck und sagte mir, er wollte nicht reingehen. Fühlst du dich nicht gut? fragte ich. Nein, sagte er und kaute wehverrückt auf seiner Unterlippe herum. Das war auch etwas, was ich ihn zuvor nie habe machen sehen. Ich muss zur Schule gehen, sagte er. Er öffnete die Tür und ging raus. Kein Tschüss, kein Hab dich lieb, nichts. Mit gesenktem Kopf stapfte er die Treppe zur Schule hoch. Ich trat von der Bremse und wendete, um zur Arbeit zu fahren. Ein kleiner Junge stand direkt vor meinem Auto, zwei Sekunden länger und ich hätte ihn überfahren. Der Junge war blass, hatte ein dickes, büschelblonde Haare auf dem Kopf und strahlend blaue Augen. Er klopfte zweimal auf die Motorhaube meines Autos und winkte einmal und ging dann die Treppe hoch. Als ich Jesse am Mittwoch von der Schule abholte, sah er um einiges besser aus. Er war etwas blasser als sonst, aber er schien glücklich zu sein. Er erzählte mir alles über seinen Tag, über Dinosaurier und Musik und Mathe und dann erzählte er mir von der Pause. Nach der Mathestunde hatten wir Pause. Mama, du wirst es nicht glauben, was ich heute gemacht habe. Erzähl's mir, sagte ich und lächelte, während ich weiter fuhr. Fußball oder Fangspielen, dachte ich. Die Dinge, die die Jungs damals in der Pause gemacht hatten, als ich in dem Alter war. Halt etwas harmloses, etwas normales. Ich bin in eine Kirche beigetreten, sagte er. Ich runzelte die Stirn. Eine Kirche? In der Pause? fragte ich. Jesse nickte und sagte, ja Stans Kirche. Ich dachte, dass das wohl irgendein Spiel sein musste, das die Kinder spielten. Was ist denn Stans Kirche? fragte ich. Es ist die Kirche von Stan, Mama. Er lachte dabei, als wäre ich blöd, weil ich das fragte. Ja, aber was macht ihr denn dort so als Mitglieder? fragte ich. Vieles. Heute haben wir Stan aber nur zugehört. Er hat viele lustige Sachen gesagt und dann wurde ich müde und bin eingeschlafen. Viele von uns sind das. Ich bog in unsere Einfahrt und wir stiegen aus. Und das war alles? fragte ich. Klar, es war seltsam, aber die Kinder schien nichts verkehrtes zu machen. Stan hat uns auch einen Flyer gegeben, sagte er. Jesse holte ein zerknittertes Papier heraus und gab es mir. Es war Hanfpapier, auf dem mit schwarzer Schrift zwei Worte geschrieben standen. Stans Kirche. Es war seltsam, aber wieder nichts verkehrtes. Die Jungs spielten. Sie taten nur so, als ob. Ich sollte das nicht verurteilen. Als Jesse gestern von der Schule euch abholte, spürte ich, dass mit meinem Jungen etwas ganz und gar nicht stimmte. Er wirkte panisch und verängstigt. Was ist los, Schatz? fragte ich und fühlte wieder seine Stirn. Kein Fieber. Wir haben heute das Seelenspiel gespielt, sagte er. Sein Kopf wirbelte herum. Er konnte nicht still sitzen. Er sah sich die ganze Zeit panisch um, während wir nach Hause fuhren. Das Seelenspiel? fragte ich. Jesse nickte nur und versuchte überall gleichzeitig kennenzusehen. Schweiß sammelte sich in seinem Gesicht. Was ist das Seelenspiel? fragte ich. Jesse schüttelte den Kopf und sagte nichts. Jesse, was ist das Seelenspiel? fragte ich nochmal. Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht will, aber er hat gesagt, dass er nicht mehr mein bester Freund sein wird, wenn ich nicht mitmache. Wer wird nicht mehr dein Freund sein? Wo waren denn die Lehrer? fragte ich. Jesse atmete schneller, aber antwortete noch. Es ist in der Kirche passiert, sagte er. Dann flüsterte er. Lehrer sind in der Kirche nicht erlaubt. In Stans Kirche? fragte ich. Jesse nickte. Eine Träne lief seine Wange herunter. Was ist das Seelenspiel, Jesse? Du sagst es mir jetzt und dann werde ich alles regeln. Ich kann es dir nicht sagen, Mama. Ich kann nicht. Die Regeln sind böse. So böse. Was ist mit Stan? Wird Stan dir die Regeln erklären? fragte ich. Nein! schrie Jesse und erschreckte mich damit fast zu Tode. Frag ihn nicht nach den Regeln. Bitte! Bitte nicht! sagte er mit angstvoll zitternder Stimme. Ich wog in die Einfahrt verwirrt und verängstigt. Versprich es mir, Mama. Bitte! Bitte versprich es mir! flehte Jesse mich verzweifelt an. Er schien wirklich sehr große Angst zu haben. Ich nahm ihn in den Arm und wog ihn hin und her. Das hatte ich nicht mehr getan, seit er im Kindergarten gewesen ist. Er schlief in meinen Armen ein und ich brachte ihn nach drinnen. Ich brachte ihn direkt in sein Zimmer und machte ihn im Bett breit. Er brauchte nur Schlaf, dachte ich mir wieder. Ich ließ ihn im Bett und aß alleine zu Abend. Gegen 9 Uhr, nachdem ich ins Bett ging, sah ich nochmal nach ihm. Er schien fest zu schlafen, also ging ich ins Bett. 18 Minuten nach Mitternacht wachte ich auf, als Jesse sich die Seele aus dem Leib zu schreien schien. Ich rannte in sein Zimmer, doch er war nicht in seinem Bett. Ich machte das Licht an, doch Jesse kam aus seinem Schrank gestürmt, als würde ihn etwas verfolgen. Er klammerte sich an mein Bein und schrie weiter. Ich versuchte gleichzeitig ihn zu beruhigen und zu erfragen, was los ist. Was er sagte, machte keinen Sinn, erschien nun irgendwas wegen dem Seelenspiel. Ich fragte weiter, aber er sagte nichts. Ich versuchte ihn zurück ins Bett zu bringen, aber das ließ er nicht zu. Zum Schluss nahm ich ihn einfach mit in mein Bett. Jesse schlief sofort ein. Ich lag gerade auf meiner Seite und strich ihm durchs Haar, als er die Augen aufschlug und mich anstarrte. Er sagte mir in einer etwas dunkleren und ich würde noch sagen, teils seltsamen Stimme. Morgen nach der Schule werde ich Ihnen die Regeln erklären, Lady. Dann schloss er die Augen wieder. Was war mit meinem Kind los, fragte ich mich. In der Dunkelheit starte ich lange Zeit die Decke an. Dann drehte ich mich zur Seite und starte ins Badezimmer. Du kennst das doch, wenn man manchmal kurz vor dem Einschlafen sein Bein plötzlich zuckt und dich wachrüttelt, oder? Wenn du das Gefühl bekommst, plötzlich zu fallen. Das ist mir die ganze Nacht über passiert, durchgehend, nur, dass ich aus dem Schlaf gerissen wurde, weil ich glaubte, etwas in der Badezimmertür gesehen zu haben. Jedes Mal, wenn meine Augen sich zu schließen begannen, sah ich die dunklen Umrisse von etwas Großem in der Tür stehen und wurde wieder wachgerüttelt. Natürlich war dort nicht wirklich was und irgendwann begann ich wieder einzuschlafen. Doch dann tauchten die Umrisse wieder auf, nur, dass sie dann näher bei mir waren. Als wären sie einen kleinen Schritt gegangen. Das passierte immer und immer wieder bis zum Morgengrauen. Heute Morgen auf dem Weg zur Schule schien Jessie total verpeilt zu sein. Mir ging es nicht anders, ich war sogar noch erschöpfter. Ich überlegte Jessie zu fragen, was er mir vor dem Schlafengehen gesagt hatte. Aber ich konnte nicht. Ich befürchtete, es würde ihn wieder hysterisch werden lassen. Also ließ ich es bleiben. Er sagte die ganze Fahrt über kein Wort. Er benahm sich wie ein Roboter, teilnahmslos und emotionslos. Kurz nachdem ich ihn rausgelassen hatte, bekam ich einen Anruf. Ich sollte ihn wieder abholen, er hatte sich übergeben. Als ich ihn abholte, war es dasselbe. Ich stellte ihm einige Fragen, bekam aber keine richtigen Antworten. Ich wollte ihm zu Hause saubere Sachen anziehen und dann mit ihm zum Arzt fahren. Er sagte nichts, bis ich die Einfahrt einbog. Kannst denn heute vorbeikommen? fragte er mich. Er starrte aus dem Fenster. Dir geht es nicht gut, Schatz. Willst du wirklich, dass er herkommt? fragte ich zögerlich. Ich wollte schon gerne dieses Kind kennenlernen. Aber es klang nicht so, als würde Jessie das wirklich wollen, dass er vorbeikommt, sondern es einfach nur so sagen. Aber ich wollte auch der Sache auf die Spur gehen. Ja, sagte Jessie. Okay, hast du denn die Nummer seiner Eltern? fragte ich. Er hat seine Eltern schon gefragt. Ist es in Ordnung für sie? sagte er. Wir müssen aber warten, bis die Schule vorbei ist und ich würde trotzdem gerne mit seinen Eltern sprechen. Okay, sagte er. Jessie stieg aus und ging ins Haus. Hast du ihre Nummer? fragte ich und schloss die Türe. Nein, sagte er zu mir. Ich fragte ihn, wie ich mit ihnen dann reden sollte, wenn ich die Nummer nicht hatte. Doch dann klopfte jemand an der Tür. Ich öffnete sie und vor mir stand der kleine, blasse Junge mit den weißen, blonden Haaren und den strahlend blauen Augen, den ich am Mittwoch fast überfahren hätte. Ein Mädchen mit den gleichen weißen, blonden Haaren stand neben ihm. Ja, fragte ich. Hi, Driss, sagte der kleine Junge. Ist Jessie zu Hause? Den Namen hätte der Junge nicht kennen dürfen. Es war mein Spitzname auf dem College gewesen. Er war in einer Nacht entstanden, in der wir ziemlich viel getrunken hatten. Äh, nein, sagte ich verdattert. Ähm. Es ist okay, sagte das kleine Mädchen. Ich heiße Danvin und den Namen meines Bruders kennst du ja schon. Dan, sagte ich. Das Mädchen hielt sich die Hand vor den Mund und kicherte. Dan lächelte und zuckte die Achseln. Das ist ziemlich einfach, Lady. Regel Nummer eins. Gehe im Dunkeln nicht ans Spiegel vorbei. Regel Nummer zwei. Lass keine Türen geöffnet, wenn du schlafen gehst. Frag deinen Sohn, wie die dritte Regel lautet und behalte folgendes im Kopf. Ein Knarren bedeutet, dass du zurückfällst. Ein Rascheln bedeutet, dass du schon fast verloren bist. Wenn die Lichter ausgehen, wirst du hoffentlich nicht das dunkle Schatten-Ding in der Ecke stehen sehen. Hoffentlich wirst du es nicht atmen hören, während deine Augen sich schließen und du beginnst einzuschlafen. Und wenn du ein Knallen hörst? Nun, hoffen wir mal, du wirst das Knallen einfach nie hören. Stan drehte sich um und ging mit seiner Schwester zusammen weg. Ich starrte ihn hinterher und schüttelte den Kopf. Ich würde ihr blödes Spiel doch nicht mitspielen. Ich ging zurück ins Haus und fand Jesse am Küchentisch. Verweinte. Was ist los? fragte ich. Ich habe einen Knallen gehört, flüsterte er ängstlich. Mein Mund wurde trocken. Wann endet das Spiel? fragte ich. Gar nicht, das endet nie, flüsterte er leise mit zitternder Stimme. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Jesse, wie lautet die dritte Regel? Er machte ein langes Gesicht, atmete tief ein und sagte. Regel Nummer drei. Das Kennen aller drei Regeln macht dich zu einem Spieler. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Was passiert, wenn man verliert? fragte ich. Wenn es dunkel ist, wirst du sie kommen hören. Sie mögen es dich wissen zu lassen, wenn sie näher kommen. Rea fragt dich entsetzt. Stan und Devin. Sie werden durch Spiegel und offene Türen nach dir greifen und dich hindurch ziehen. Und wie kann ich gewinnen? fragte ich. Oder das Spiel endlich beenden? Du gewinnst, wenn du mehr Leuten die Regel für das Sehenspiel erklärst, als die Person, die sie dir erklärt hat. Wie schon gesagt, liebe Lisa, es tut mir so leid. Ich hoffe, euch trifft der Fluch trotzdem natürlich nicht. Und ähm, ich dachte zum Abschluss passend zu Spookumi. So, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, bringe ich noch ein bisschen Ghost-Vibes auf den Doku-Mi-Kanal. Und zwar könnt ihr hoffentlich mitsingen, denn es ist ein Lied, das ich vorbereitet habe. Und zwar Ghostbusters! Also, ein bisschen Kindheit vielleicht für den einen oder anderen. Let's go! Top 5 So, I will ja Mal mit dir gehen, und ich weiß so leid. Ich weiß nicht, will ich, was du hier selbst eingelerst und du kundelst? So ein bisschen invitabeth Το. Ich weiß auch nichts, das Táke, dass ich nicht gut vergründet. Was ich ausscheiden würde? In der größten Üاؤung? Es glaub ich, was du da? Bei dirибо keine Ehre совремen Neutral. Sie sind EASF-Archid? I ain't afraid of no ghost I ain't afraid of no ghost If you're saying things running through your head Who you gonna call? Ghostbusters! An invisible man, sleeping in your bed Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghost 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 Yeah, 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 yeah Who you gonna call? Ghostbusters! You had those other freaking ghosts, baby You had those other freaking ghosts, baby I ain't afraid of no ghost Yeah, yeah, yeah I ain't afraid of no ghost I ain't afraid of no ghost I ain't afraid of no ghost Don't get cut alone alone Ghostbusters Die Pause ist nun fast um und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Pukumi und ja, süße Sons Kimsaurus!